So meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh, so du lust ich frage mich warum das spiel sagen möchte ich sollte gleich mal aufgeben weil irgendwie war das zeichnet leider drüber ich glaube mal einfach weil ich gerade nichts legen kann das ist ziemlich ziemlich nice ich kann einfach nichts machen also was ist denn das und sie wird hier gleich schon wieder das spiel ja war 2000 und die bekommen 2000 dazu ok wir werden einfach mal was probieren eigentlich ist dem nicht die jetzt gut zu spät wenn uns einfach die karte können damit uns die hier beschwören ja möchten ein tribut weil ich hätte die denn nutzen können um später obelist zu holen aber ja gut das habe ich wohl jetzt ein bisschen verpeilt also ich könnte immer noch obelist fast holen also eine karte wiederholen und eine karte rüber ziehen ok gut erst mal das erste monster besiegt das ist schon mal ok aber da fehlen noch drei millionen andere monster die ich nicht mehr besiegen kann wie gesagt die sache ist jetzt ich brüchte obelist und ich kann bisher nichts kurzartig machen wir können mal gucken was sie eigentlich im deck hat im dings hier 23.000 nein ich will nicht ich will einfach nicht warum ich hier fest ist jetzt angreifen können wenn ich ein idiot größer trottel der ganzen welt das ist glaube ich nicht gut so mal gespannt dann ich will diese fucking gerade nicht aktivieren ich muss eine karte aus meiner hand legen klick die hier weg wir haben obelist den peiniger wir haben einfach fucking gott obelist den peiniger wir tun den effekt aktivieren vom wiedergeburt können uns ein monster wiederholen ist mir fucking scheiß egal welches ich wiederhole ich aktiviere den effekt von seelentausch hole mir die verdeckte karte von ihnen hier rüber nein kein nichts hinzufügen nein und wir beschwören den mächtigen obelist den peiniger knie wieder ishi zu isata trotzdem habe ich angst anzugreifen kann ich auch nicht ja ich möchte mal lieber die karte aktivieren 3500 näher 3500 ich glaube mal nicht dass er irgendwie was macht ja ich will die karte aktivieren bitte 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 ring hier da nehme ich mir gerne den schaden auf mich und ich würde sagen spüre die macht von obelist dem peiniger ja das ist schlimm wir greifen saß ein vertecktes monster mit klinger da nein ich möchte keine karte darauf aktiviert 200 schaden zum glück habe ich wie geil nein ich möchte nicht aktivieren was ich kann die gar nicht so ein paar kärtchen gelegt und nein jetzt kommt die mit dem dreck an ach ne ja geil jetzt kann ich achso fuck ich will nicht mehr oh was macht denn der ah ne ne gut ich kann nichts machen ich kann nichts machen ich beende meinen zug 3500 gegen 4500 oh scheiße was ist denn eigentlich warum kann ich die nicht aktivieren wann kann ich diese karte aktivieren oh zum glück hat er kein monster ich hätte jetzt noch aktivieren können aber das glaube ich bringt eh nichts mehr geil wie ich einfach nichts machen kann ich kann die nicht legen die nicht legen die nicht legen die kann ich aktivieren ich will nicht zuschauen scheiße bist du wie wir wärmlich gerade diese ich ich ach das das tut mir so extrem weh gerade im herzen ich habe so krank verloren wie kann ich denn so extrem verlieren der hat schon wieder 2400 und wieder lichtschwerter so ich muss jetzt ein paar spielzüge warten und jetzt auch noch eine zeit lang überlegen was ich jetzt mache eigentlich wollte ich seelentausch so lange warten bis ich eine karte also hier entweder obelist oder bläuger legen kann aber ich aktiviere den effekt aus dem folgenden grund da kann ich mir nämlich das monster holen was äh passieren wenn ich das angreifen würde jedes mal mein monster zurück lege und deswegen opfere ich das monster und kann kaiser kleider holen ich kann zwar nicht angreifen durch äh die schwerter aber ich bin einigermaßen geschützt mit 2400 und hoffe natürlich er greift mich nicht an das ist sehr gut er geht weiter wie viel wie oft hatten die das noch das ist sehr sehr nice aber ach nicht schon wieder die karte ich würde einfach mal ach nee die zurück auf die hand das ist scheiße weil dann die spielst du doch sowieso wieder aus fuck jetzt habe ich nicht nachgedacht nein so nein äh ich muss wieder seelentausch machen effekt aktivieren weil dann kann ich mir nämlich diese karte hier rüber holen weil die nervt mich die hatten zu viel punkte und da kann ich mir nämlich maschinensoldat beschwören er hat zwar weniger punkte wenig punkte aber die sache ist dann ist seine karte einfach weg und die hat mich sowas von angelotzt äh nein ich möchte nichts hinzufügen und ich bin in mein zug ja wir wissen alle was das für eine karte ist also so dämlich sind wir ja nicht deswegen werden wir die nicht angreifen sondern wir werden uns mal was überlegen wir gehen in verteidigungsposition damit und gucken erstmal bis wir mal wieder was machen können oh er opfert schon wieder viele ach nein die karte kotzt mich sowas von an ring der zerstörung zerstöre ihr finsterlords scheiße ich hätte eh verloren wisst ihr was ich dass ich eigentlich überhaupt keinen bock mehr hab auf diese fucking kämpfe ey man verliert dauerhaft gegen die man kann einfach nichts machen mit der dummen schlampe dieser drecksau ich will ja einmal fisten bis sie bis ihnen gehören bei ihr rauskomme ey das gibt's doch nicht ja gut die karten sind nochmal okay damit könnte ich obelist rufen aber bis ich obelist rufen kann dauert das noch eine weile weil ich brauche erstmal obelist dafür kann ich ihn jetzt schon angreifen auch wenn es ein fehler ist ich weiß es ich weiß dass es ein fehler ist nein es war kein fehler die mit ihren scheiß schwerter das kotzt mich an hmm sweet 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 ja leider hat man keinen karte auf dem dings hier gehabt sonst hat man ja rufen können wir werden seelentausch machen und wir werden einfach mal ihn hier setzen er hat ja wenig die fans und wenig artikel deswegen will ich den nicht im angriffsmodus setzen und nicht offen deswegen ist das schon glaube ich mal ganz okay wenn ihr jetzt schon wieder die lichtschwetter spielt jetzt macht es aber das von der ersten runde die legt einfach karten um wieder karten zu ziehen ach scheiße wie lange soll das jetzt noch gehen also ich glaube das schneide ich jetzt gerade mal nicht raus weil es war ein langer kampf ich brüchte fusion und dann noch einen monst oh so wir brauchen nur zwei sachen und deswegen werde ich einfach mal die beine rufen oder zurück rufen so 1200 wenn er jetzt sie jetzt angegriffen hätte ich hätte ja um ne hätte ich ja nicht weil ich die ja gerufen habe so und damit haben wir schon mal ein weiß weib 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 wir kommen als nächstes fusion aber ich denke mal eher nicht die mit ihren ziehen 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 was ist denn jetzt passiert das ist ja wieder diese karte die hier profi oh mein gott nein nein das kotzt mich weib das 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 ich will nicht mehr leute das gibt es doch nicht was sind das für kämpfe hier vergiss es auf weg schau bis zum nächsten mal legt mir meine eier an abo da lassen schau